Hallo Freunde und willkommen zur neuen Folge Hör mal wer da hämmert. Mit dabei sind heute Niklas Moinsen und Kai. Hi. Und wir müssen eine Alarmuhr bauen. Was ist das? Ein Wecker. Ein richtig schöner Wecker. Ob sie dann. So ich guck mal kurz. Ich weiß noch mal. Wer ist denn dieses? Okay. Ähm. Snow. Holz. Ah. Quarz. Und irgendwas Rotes brauch ich noch. Red Terracotta. Okay. I can't build. Pech gehabt. Ja. Oha. Ja. Haut da gleich raus. Pech gehabt. Ja der Kai ist doch wieder nett heute. So kennt man ihn. Soll ich irgendwas sagen? Aber irgendwie. Da wird jetzt mal die Zeit ausnahmsweise mal nicht knapp. Nee. Überhaupt nicht. Bei mir schon. Ja das glaub ich dir. Warte mal. Eins. Zwei. Da muss der weg. Da kommt schwarz. 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 So dann kommt hier das Uhr weg rein. Ich hab erst gedacht ich mach ne runde Uhr. Aber da hab ich mich doch gegen entschieden. Weil das verdammt lange dauert. Ja ich mach auch ne runde. Ich mach grad ne runde Uhr. Deswegen kannst du noch ein bisschen drücken. Oh nice. Ich muss sagen. Ich bin schon fast fertig. So schnell. Ja. Ich bin fast die Worte. Ich gerate sonst immer in Zeitnotes bei diesem Spiel. Aber irgendwie. Das Spiel ist echt anstrengend. Äh. Anstrengend. Äh. Äh. Eigentlich ganz schön entspannt. Irgendwie. Ja es ist irgendwie auch ganz cool. So. 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 Das ist ja nicht mal rund. Was hab ich denn da gebaut? Du kannst ja manchmal auch nix rundes bauen. Ja. Aber da kann ich ja wohl dann däunen. Merk dir das. Achso. Jetzt. Irgendwas. Alice. Weiße Wolle. Weißer Trockenbeton. Da haben wir ihn doch. Genau den Block hab ich gesucht. Ich mach jetzt auch ne eckige Uhr, Alter. Weißer Beton. Das wird mir hier zu rund. Okay. Beton verschwindet einfach. Ich mach passend zu meinem Feuerwehr-Image noch was daneben. Ah so n... So n Ding. So n Feuerwehrmelder. So n Ding. Nee, 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 nee. Ähm. Wollen wir das erklären? Ich hab noch eine Minute. Scheiße. Also Zahlen sind echt schwierig in Minecraft. Wenn man ganz wenig Platz hat. Oh shit. Ich kann's ja irgendwie andeuten. Nee. Nochmal neu. Scheiße. Jetzt nochmal neu. Das wird eng. Ah. Nee, nur die Zahl. Drei. Sechs. Und... Neun. Boah, wie alle konzentriert sind und nicht erzählen so, ne? Ja, das ist... Ist auch ziemlich anstrengend. Aber soll ich dir was sagen? Ich bin fertig. Irgendwie. Nein. Nicht dein Ernst. Es ist... Oh, da oben. Da unten. Und jetzt Glas. Am besten... Weiße Glasscheiben. Hä? Oh nein. Das ist halt so richtig knapp, Alter. Das schaff ich nicht. Ja. 30 Sekunden. Oh nein. Wenn ihr vor meinem Wecker steht... Dann wüsst... Wüsst ihr, warum ich gesagt habe, das hat so ein bisschen Feuerwehrbezug. Hast du ein Rot-Weiß gemacht? Nein. Nein. Ihr seht es. Oh, Junge. 15 Sekunden. Oh, fuck. War noch verbaut. Jetzt keinen Scheiß mehr machen. 8, 7, 6, 5, 4. Partikel. Noch ein bisschen hier. Oh. Oh nein. Oh, ich hab mich verraut. Okay. Schauen wir mal. Oh, das ist ja richtig nice. Ey, das ist ein richtiger Wecker. Vor allem... Warum sieht das jetzt so komisch aus? Achso. Das war eigentlich mal ne Zahl. Everything is awesome. Ach, das ist deins. Ja, oooh. Und das war der erste. Weil er einen zweiten Namen hat. Everything is awesome. Aber das steht bei dir 1 zu 0, oder was? Ja, 1 zu 0. Fürs... Ich will nicht sagen, aber das ist... Neee, mein Eis am Reading. Ja, komm. Gleich weg damit. Lass es boom machen. Boom, boom, boom. Jede Runde muss was explodieren, ohne Witz. Oh, Kai. Dein Wecker, he? Der ist gut. Oh, my eyes are bleeding, my eyes are bleeding. Nee, nee, der ist echt gut. My eyes are bleeding. Say I'm bleeding, really. Nein, komm. My eyes are bleeding. Nee, das macht gut. Nein, das war's wieder nicht du. Aber der sah gut aus. Sorry. Ich fand den auch nicht schlecht. Ich glaub, du kommst als Letztes immer, ne? Was ist das? My eyes are bleeding. My eyes are bleeding. Tür auf, ich möchte mal gucken, was ist das für Toilette? Lass noch was explosieren. Scheiß aus. Was? Warum explodiert du das nicht? Keine Ahnung. Das haben wir hier. It's okay. Der ist nicht schlecht. Der ist okay. Irgendwie dieses scheiß Gold. It's okay, ja doch. Der ist gut, der ist sogar gut, finde ich. Na gut. Der ist vom Rolex. Nee. Doch, doch. Die Zeige sind auch so wahr. Was ist das? Okay. Bei ihm ist es minus eins. Bei ihm ist es minus eins. Die Uhr ist ja so ein bisschen misslungen, aber ich finde durch diesen Kopf ist es gut. Ja, es bekommt einen Gurt. Es bekommt einen Gurt. Ja, nein. Der Kopf macht es wieder ganz cool. Hä? Hä? Was? Das ist was? Das ist Kais Scheißuhr. Nö. Meister Bleeding. Wie sieht es aus? Mäh. Mäh, okay. Mäh. Das ist nicht meiner. Mäh. Außerdem hat der hier unten einen Fehler reingebaut. Guck mal hier. Ja, da unten rechts ist die Ecke. Zu viel. Achso. Toll. Hä? Nein, 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 nein. Wobei, wenn ich das so sehe, es könnte meine Uhr sein, aber der Rest stimmt. Okay, it's okay. Es ist halt ein Kasten mit Zahlen. Ja, Kasten mit Zahlen. So. 2D. 2D weg. 2D. 2D. Schade, Kai. Das tut uns leid. Aber es ist auch nichts Rundes. Nee, es ist einfach scheiße. Es ist einfach scheiße. Und gradent. Und sowas explodiert nicht. Das ist doch... Oh, hier ist dunkel. Das ist die Feuerwehr. Das ist bestimmt mit dem Blaulicht da. Guck mal, guck mal vorne vor. Das bekommt einen Gurt. Echt gut. Nee, amazing. Das bekommt einen amazing. Alarm. Mein Eis am Lied in Kai. Ach, Kai. Mein Eis am Lied in Kai. Ja, mein Eis am Lied in Kai. Tschüss. Der ist jetzt fertig. Wann wird mir die Schilder nicht schreiben? 12, 3. Das war's. Der ist ja wert geworden. Ja. Nee. Nice. Nicht schlecht, Niklas. Sorry. Kai, wie immer scheiße. Richtig gut. Alarm, 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 Alarm Vielen Dank.